Bismillah wa salatu wa salamu wa ala rasulillah. Liebe Geschwister, bald ist es endlich wieder soweit. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Inshallah werden wir die großartige Gnade bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala, im Monat 11 und im Monat 12 eine Umrah mit unseren geliebten Geschwistern zu vollziehen. Die Daten findet ihr alle auf dem Flyer biiznillah ta'ala. Und wir freuen uns, euch in diesen Monaten begrüßen zu dürfen und mit euch die Umrah zu vollziehen. Denn erstmal machen wir unsere Pflicht, walhamdulillah, das ist das Allerwichtigste. Und dann haben wir auch ein wunderschönes Programm, was wir zusammen mit euch durchführen werden. Und es werden viele, viele wunderschöne Sachen dabei sein. Seid gespannt, was für eine Umrah euch erwartet. Und wir wollen biiznillah ta'ala, dass ihr ein einmaliges Erlebnis mit dieser Umrah auch wirklich durchlebt. Und dass dieses dann euch auch in eurem Leben ändert. Denn viele Leute haben es geschafft, dass sie sich nach so einer Umrah, dass sie sich dann grundlegend geändert haben. Wir wünschen das für uns alle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das ermöglichen. Und beeilt euch mit der Anmeldung, damit wir auch in sha'allah ta'ala einen gesicherten Platz haben. Und wir sagen euch bis dahin, assalamu alaikum.